6 beste HP 27 Zoll Monitore Wenn du dir einen professionellen Monitor für deinen Computer wünschst, kannst du deinen Wunsch nicht länger unterdrücken. HP hat die P27Q G4 mit einer beeindruckenden Auflösung von 3840x2160 Pixeln. Dieses Display bietet eine unglaubliche Qualität, sodass du alles mit ganz Augen sehen kannst. Außerdem verfügt dieser Monitor über einen schnellen grafischen Prozessor und einen hohen Schlagzeilenpreis. Es ist ein sehr gutes Investment, um dir einen professionellen Monitor zu kaufen. Excellente Produkte, el monitor es muy bueno, lo recomiendo 100%. La calidad de imagen es muy buena, además de que tiene una pantalla bastante grande. La verdad es que estoy muy contento con el producto. Wenn Sie Ihr Lieblingsvideo oder Fotoshooting auf DVD oder auf einem USB-Stick speichern wollen, ist ein Monitor mit Full HD. Auflösung die richtige Wahl Der HP V27E Monitor bietet ein tolles Bild in 27 Zoll mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Er wird mit einem HDMI und VGA Kabel geliefert und verfügt über eine 5 Millisekunden Reaktionszeit. Der HP V27E Monitor ist neigbar, schwarz und kann mit dem HP DisplayPort Kabel verbunden werden. El monitor es una buena Inversion, tiene una Resolution muy buena, y es muy rapido. La calidad de imagen es bastante buena, además de que tiene una pantalla estupenda. No tengo ninguna Kleeja, es una buena Inversion. Wenn Sie Ihr Computerzubehör neu kaufen möchten, dann ist der Kuru Monitor eine gute Wahl. Der Monitor ist mit einer guten Bildqualität ausgestattet und verfügt über ein Apps-Panel, das Sie mit einem guten Blick auf das Bild während längerer Sessions, wie beispielsweise Arbeiten am PC, versorgen soll. Außerdem verfügt der Monitor über einen integrierten HD-Kanal, den Sie mit einem HDMI-Kabel anschließen können. Hier probado varios monitores, y es de es el mejor que hier encontrado. Tiene una pantalla muy grande Y, su calidad de imagen es muy buena. Además, tiene una pantalla Y para mejorar la claridad de la imagen. El monitor está montado en una estructura muy robusta, lo cual es muy importante si quieres tener un monitor duradero. El precio es muy bueno, así que no dudarás en comprarlo. Wenn Sie einen kompakten, hochwertigen Monitor suchen, dann ist der HPM27FE Monitor genau das Richtige für Sie. Mit seinem Full HD IPS Display und 75 Hz Reaktionszeit bietet dieser Monitor beeindruckende Bilder. Da dieser Monitor mit VGA und 2x HDMI ausgestattet ist, stehen Ihnen alle Zugänge zu Ihrem Computer offen. Außerdem ist der HPM27FE mit AMD FreeSync ausgestattet, was Ihnen die volle Kontrolle über die Bildqualität gibt. Hier usado este Monitor durante bastante tiempo Y, estoy muy contento con él. Es muy rápido, tiene una pantalla muy bonita Y, una Resolución muy alta. Además, es muy ligero, lo que me permite moverlo a donde quieras sin problemas. Me gusta mucho la forma an que se encuva, así como el cable de alta calidad. Wenn du für dein Gaming Erlebnis die beste Qualität benötigst, bist du mit dem Koro Gaming Monitor richtig. Dieser Monitor bietet eine scharfe Bildschirmauflösung von 2560x1440 QHD und eine 1 Millisekunde Reaktionszeit, um jedes Spiel genau zu verfolgen. Außerdem ist dieser Monitor mit einer ultradünnen Blende ausgestattet, die eine hohe Helligkeit und eine brillante Farbwiedergabe garantiert. Es ist auch mit einem HDMI DP Port ausgestattet, sodass du deinen Gaming Rechner sowohl mit einem digitalen Signal als auch mit analogem TV Signal ansteuern kannst. Buenas tardes, ¿quieres juga al video yugo an perfecto estado? Entonces este Monitor es perfecto para ti. Tiene una pantalla de 27 Zoll, lo que te permitirá disfrutar de tu juego an todas sus dimensiones. El Monitor también es de alta definición I own, con una Resolución de 2560x1440 QHD, lo que te permitirá disfrutar de las mejores imágenes. Además, es compatible con la tecnología HDCP, lo que te permitirá juga an privado con personas que usen una TV compatible. Y por último, tiene una unidad de entrada HDMI. DP, lo que te permitirá usarlo tanto an tu PC como an tu Televisor. IP, lo que te permitirá usarlo. IP, lo que te permitirá usarlo. Wenn Sie einen effizienten Monitor für Ihren Computer suchen, ist der HP-M24 FWA die richtige Wahl. Dieser Monitor zeichnet sich durch eine hervorragende Full-HD-Auflösung, eine schnelle 5 ms Reaktionszeit und ein integriertes Audio-Out-Interface aus. Außerdem bietet er einen schönen, weißen Bildschirm. Exzellente Produkte, sin duda el mejor monitor que he usado. Tiene una calidad de imagen increíble, y la respuesta de las teclas es muy rápida. La pantalla es muy alargada y le da una vista muy natural. El sonido es excelente, incluso con una buena sonrisa puedes escuchar perfectamente todos los sonidos. La potencia es suficiente para usarlo en una pequeña oficina. Lo recomiendo sin lugar a dudas. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. ¡Gracias!